Hier sind wir in Warringer, da kann man super schön liegen und hier den Sonnenuntergang gewesen. Der soll an der Wand geht genau hier hinten runter. Wir haben jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit. Wir sind auf dem Hotel Rundgang und dann haben wir schon Betonverrott. Wir sind auf dem Hotel Rundgang. Wir sind auf dem Hotel Rundgang.